Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sender Zero Rival. Okay, das? Ne, das geht, ne. Also, Nils hat sich das entschlossen, jetzt darf ich das alles nochmal erklären. Nils hat sich das entschlossen, das Spiel nicht mehr weiter zu spielen, weil er einfach nur noch davon genervt ist. Wie kann ich rennen? Ah, okay. Okay, und deswegen muss ich das jetzt machen, auch wenn ich eine totale Schützerin bin und das Spiel wahrscheinlich niemals bannen werde. Wo muss ich hin? Oh, sieht das hier nicht schön aus? Guckt euch mal die Blätter an. Das hatten wir alle schon, mach weiter, schneller. Entschuldigung, ich wusste auch nicht, ob du dir die Umgebung mal angeguckt hast. Ja, die habe ich mir nicht angeguckt, wir waren da schon mal. Ja, ja, wir waren da schon mal, aber ich finde es einfach, die Umgebung ist so schön, wie die Blätter runterfallen. Falls ihr Nils im Hintergrund hören könnt. Ist da jemand drin? Sieht aber so aus. Ach nee, da sind Blätter. Gucken wir uns das mal an. Okay. After the closing this Sunday, your paychecks will be mailed to your home address that we have on file for you. Please see Jessica in the office if you have changed your address recently. Otherwise, you will not be able to receive your final paychecks. We would like to thank all of you for your many years of the dedica... Ahem. Wisch... Wisch... Dedicated service to... Kalman... Mining. Mining. And wish you the best of luck in all of your future en... En... Endeavors? Management. Nice. Item added to you a scrapbook. It can be viewed at a... Later time. Okay. Ah, hier ist das scrapbook. Ah, interesting. Ja, ich muss mich hier ein bisschen umgucken. Ich muss das ja erstmal... Explosive area. So, jetzt erstmal kurz bevor ich das hier vorlese. Nils nennen wir im Hintergrund japanisch. Er ist nämlich wieder. An seiner Uni. Finde ich gut. So. Äh, to... Bla 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 bla. Subject you okay? I tried to find my way back to you when I tripped and fell down that slope. Schaut, was that slope? Du weis nicht. But my flashlight hit one of the rocks down there and broke. It was pitch black. I heard sounds all around me screaming. It sounded like you. I tried to follow it back but I was lost. I fell. Everything collapsed down around me. I... Schatz, kannst du mir bitte kurz mein Handy geben? Für die Zeit. Du hast doch da oben meine Zeit. Ja, grad nicht. Aber okay. Gut. Schön, ja. I could feel it crushing me. Everything was moving so fast. I was drowning in water. I couldn't see. Everything I've ever had came back to me at once. Monsters surrounded me. My stomach inverted. Inverted? Ist das richtig hier rausgefrochen? Ja, das ist ja. My eyes shri... shriveled? Shriveled out of existence. And my heart caved in. I don't know what happened after that. I woke up in some... tall... tall... grass... toady... today... toady... today and found my way back to the house. I looked through the window and saw you sitting on the couch. staring at your TV. I couldn't get your attention, so I left. I can't write anymore. I can't think straight. I need to... I need to what? Ich hab' die Frage. Ja, erklär dich doch, warum die Grafik ist ein bisschen schlechter als Drift ist. Ja, die Grafik ist ein bisschen schlechter, weil wir bei mir zu Hause aufnehmen und mein Computer verkraftet die hohe Grafikeinstellung, nicht? Da mein, äh... da meine externe Festplatte auch ziemlich voll ist. Also... Ja, ich glaub, der würde das besser verkraften, wenn meine externe Festplatte nicht ganz so voll wäre. Ja, muss man ja eigentlich nicht machen. Ey! Meine Hand ist weg. Brauchst du nicht. What the fuck ist das? Dann haben wir auch noch... Ja, ich kenn' das ja, aber trotzselben. Schön, dass die Zuschauer das schon kennen. Wait, wo muss ich lang? Da, siehste! Da! Steht das mit den Six Generators! I told you! Er hat's mir nicht geglaubt! Echt und du, dachte ich, ich hätt's schon bei PewDiePie gesehen. Ja, langweilig ist und keiner mag. Jeder mag PewDiePie. Nein, der macht Vergewaltigungswitte. Ach, der macht Vergewaltigungswitte. I don't want to do this! Du glaubst du das? Nein, tue ich nicht. Ja, dann. Nein, bitte. Oh, ich hab Angst, ich will nicht mehr. Ich hab das mal angefangen. Ja, aber... Er kann dir nichts tun. Doch! Das Vieh kann einen umbringen. Ich hab's in einem anderen Video gesehen. Außerdem leckt das grad. Ich nenne die Satie. Das leckt halt auch immer so. Das soll ja so sein. Nein, insgesamt ist... Nein, ich will nicht. So. Gut, okay. Wir haben uns jetzt abgesprochen. Ne, jetzt mach die Maus. Ich mach die Tastatur. Weil ich Schiss habe. Kann ich auch hier mitgehen? Nein. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Du hast recht, Schatzi. Sonst mach sie gleich schnapp, wenn ich zu viel renne. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Okay, ich erzähle dir was. Wir haben schon mal versucht, das hier jetzt aufzunehmen. Gerade eben. Gerade eben. auf den Sturmschein-Knopf meines Headset gekommen. Weshalb wir das Ganze hier nochmal neu aufnehmen müssen. Kann ich... Kann ich ja nicht immer mehr Tore? Ah, der Generator da ist nicht da. Ja, da ist das Boot. Ja. Da ist wahrscheinlich ein Generator. Vorher, wir hatten schon vier Stück gefunden. Und dann erschreckt mich der Slender. Like now. Also, genauso wie jetzt. Wir haben vier Stück. Jetzt finden wir die restlichen zwei nicht mehr. Wetten wir. What are you doing? Ah. Ah. Ah, ich hasse dieses Boot. Ah. Sanderman. Ja, nee, es macht hier die Melodie von Batman nach. Und er ist jetzt einfach das Batman mit Slenderman. Slenderman und Robin. Wir sind Slenderman und Robin. Was? Das ist doch Slenderman Sidekick. Genau. Der Fieder ist Slenderman Sidekick. Ich glaube immer noch, dass es eine Frau ist. Und? Robin kann keine Frau sein. Robin ist normalerweise ein Kerl. Nein, es gab immer einen weibigen Robin. Ah, einmal gab es einen weibigen Robin. Okay, es gibt wahrscheinlich wieder einen weibigen Robin. Toll, es gibt weibliche Robins. Schön. Vergiss nicht Robin. Und vergiss nicht Robin. Ja, ja. Ah. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist unfair. Sag ich ja. Wollen wir direkt nochmal versuchen? Wir haben so einen kurzen Part. Versuchen wir direkt nochmal. Wir versuchen das direkt nochmal. Aber ich finde es so klappt, dass es irgendwie besser. Ja, total. Sag einfach, dass das Spiel unfair ist. Ich wollte es doch nicht mehr weiterspielen. Ja, aber guck mal so spiel. Ja, es reagiert irgendwie nicht. Wollen wir mal. Und ein neuer Versuch mit Slendy. Und ein neuer Versuch mit Slendy. Allerdings. Oder? Nein, ich breche an hier. Gucken wir erstmal mal. Reißen. Na gut. Ja, da ist ein Generator. Perfekt. Wir haben es schon direkt eingefunden. Super. Ja, die Leute hören dich nicht. Ich weiß nicht, was für eine Scheiße ich erzählen soll. Ich finde schön, dass es ist, ja, das Spiel ist gerade abgestürzt. Deswegen, wir wollten eigentlich direkt immer einen Schlüsselpart machen. Okay, bei euch würde es ein direkter Mannschluss sein. Nur ihr seht ja bei uns da oben auch das Rack, beim Rackzeichen, dass wir gerade erst bei zwei Minuten sind. Wobei wir ja eigentlich schon Mehrheiten haben sollen. Deswegen ist das jetzt eben halt gesettelt, weil das Spiel abgestürzt ist. Super. Wieso? Rechts. Nicht so weit rechts. Ja, hier an der Stelle bin ich letztens gestorben, glaube ich, ne? Achso. Ja, los, du musst du ein bisschen gehauen. No, 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 no. Es ist erst ein Gameplay und kein Letztes. Ja, okay, Entschuldigung. Äh, ich muss die Leute unterhalten. Ähm, ich finde es ja schön, dass jetzt endlich wieder das, ähm, dass jetzt endlich frühlingshaft, also sommerhaft sogar wird. Und draußen die Sonne scheint. Also, bei mir scheint auf jeden Fall die Sonne. Also, als wir das aufnehmen hier. Ja, es ist Sonntag, der, weiß nicht, wie, 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 4. April? Es ist fünf Tage vorher. Es ist fünf Tage vorher. Ja, wenn auch jetzt sucht. Ja. Jetzt holen wir wieder, la, la, la. Ich weiß nicht, über was für einen Scheiß ich reden soll. Hat der gerade in den Kuh? Mir kommt gerade gar nichts in den Sinn. Ist da nicht keine Tür? Nein, hier ist keine Tür mehr. Links ist eine Tür, glaube ich. Dann gehen wir mal an. Okay. Nee, 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 to get out. Oh, wirklich? Ich glaube, wir wollen hier alle raus. Ich glaube, wir wollen den God Mode. Ja, wir wollen den God Mode. Keine Ahnung, wir können dann eigentlich weiterspielen, wenn wir, wenn das Sand aus erwischt. Ah, ja, steht auf der anderen Seite. Geil. Ich glaube, der Sandy ist in Haus her. Wir haben wieder vier... Oh. Uh. Wir haben fünf Generatoren, nur noch einen, das schaffen wir. Ja, wahrscheinlich ist das nicht so sehr schreckend. Ja, das war echt gut. Entschuldigung. Genau, wie das was nicht umdreht. Was war das denn? Jetzt sind wir einfach gestorben. Ja, weil das ja Sender auch noch direkt hinter ihr aufgetaucht ist. Toll. Alter, was war das denn? Stammt irgendwo da hinten hin. What the fuck? Na, dann werden wir jetzt noch in den nächsten Part. Der wird es geschafft sein, aber wir brechen es ab. Erzählt jetzt den Leuten. Ja, ich erzähl jetzt den Leuten, also in jedes Mal, der nächste Part wird auf jeden Fall ein Part sein, wo wir es geschafft haben. Egal wie viele Versuche wir brauchen werden. Oder wir haben es bis dahin aufgegeben. Oder wir haben es bis dahin aufgegeben, wer weiß. Auf jeden Fall machen wir an dieser Stelle erstmal einen Cut und quitten das Game und ja. Bis zum, vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ja, genau deswegen hättest du jetzt das nicht quitten sollen. Entschuldigung.